Zu dem sachlich einleiten, dem ist vor über 30 Jahren geschrieben worden. Das Problem ist, er ist immer noch gültig. Ihr Wisschenleben. 1, 2, 3, 1. Es ist ein kleiner Junge, der lebt ohne sich hin. Er lebt mit seiner Mutter, dem sie besorgt lieb. Gezeichnet vom Hunger arbeitet sie. Warte mit auf ein Wunder, doch dieses kommt nie. Doch dieses kommt nie, doch dieses kommt nie. Und wie soll das weitergehen? Ich bleibst in die Zeit verschwinden. Es ist so, wie es früher war, dann auf den Mund und dann gar. Ihr Wisschenleben. Ihr Wisschenleben. Ihr Wisschenleben. Ja, du bist so. Der Junge wird älter, er war mit seinem Geist. Da ist dann die Mutter still, ist er verweist. Worum soll er leben, er ist nie zu schocken. Niemand kann ihn bekämpfen, fürs Leben das Herz gab. Fürs Leben das Herz gab, er ist nie zu schocken. Wie soll das weitergehen, bleibt um die Zeit nur still. Es ist so, wie es früher war, da war der Mann, der immer war. Wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder. Wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder. Wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder. Wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder. Wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder, wie ist schon wieder. Wie soll das dann gehen, bleibt um die Zeit nur still. Es ist so, wie es früher war, da war der Mann, der immer war. hier ist schon... hier ist schon... hier ist schon... cles convergence...